Es ist ja auch das Privatdunnel der beiden Zimmernachbarn, die sich so gut verstehen, Stefan Kraft und Michael Halböck. Und jetzt hat er Kraft hier vorgelegt. Und so schnell kann es eben gehen. Bisher, der gestern und vorgestern noch nicht so wirklich hier mit der Anlage zurechtgekommen. Und heute fliegt er wie ausgewechselt. Also das, so wie wir ihn kennen, aus der Skiflug-Weltmeisterschaftsveranstaltung am Kulm. Einflug, wie der andere kam. Und Andi Wietholze rechts und Heinz Kutin links. Können da auch mal richtig abklatschen. Dreimal dritter war am Kulm. Schön, freut mich. Ganz besonders.